Hallalalala, was ist jetzt los? Das war merkwürdig, egal. Hallo und hallo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Gothic 1, jawohl, wir haben eine schöne Quest erhalten, müssen Zeug finden für ein Ullumullu, ein Ullu-Ullu, ein Schnulli-Schnulli, mit Puddy, aber erstmal müssen wir hier die scheiß Miene noch salbern. Ich frage mich ja fast schon, wo Gordon hin ist, aber irgendwie möchte ich das auch nicht wissen, das ist ein Buddler. Und da ist ein Gardist, da war ein Gardist, meinte ich. Ups, das ist ein Buddler, den will ich gar nicht. Passiert, ne? Zum Glück hab ich gespeichert. Also nochmal die schöne Sache, natürlich ist mein Licht wieder aus. Meine Fresse. Ich bin doch der heilige Jonas. Wer auch immer der heilige Jonas ist, aber ich bin da. So, du kleiner Hurensohn. Und tschüss. Ah, schön blöd, ne? Und tschüss. Tja. Tja, passiert, ne? Dat KI. Und tschüss. Ja, warum hat er... Na und, der hat meine Freunde ermordet. Meine Freunde aus dem neuen Lager. Wohin die Bullen einfach weiter so passiert. Aua, Hurensohn. Hurensohn. Von wo? Na, von da oben. Schon gesehen, du Wichser. Habt' ich schon gesehen. Oder auch nicht. Doch, der jumpt da oben rum. Er denkt, doch, ich spiel Counter-Strike. Ach ne, das ist ein Buddler. Lol. Was ist denn dieser Hurensohn? Vor allem, was hab ich denn hier? Drei Tische und Leile. Von mir aus. Ach, dann ist er da unten, Mensch. Ach, da. Wir haben auf die Karte gucken. Genau, das wollt' ich. Und tschüss. Einfach einen kalt machen. Du hast jetzt echt ein Problem. Mit wem? Mit deiner Mutter? Will die mich auffressen? Jetzt komm. Jetzt. Ein Turdle ist eine Leiter. Mit wem hab ich ein Problem? Mit dir? Ach komm, eigentlich kann ich die auch umbringen, oder? Ich mein, wir vermisst die denn. Tschüss. Gibt Erfahrungspunkte. Aber ich weiß halt nicht, ob das vielleicht doch nicht Buddler aus unserem Lager sind, wenn ich meine Womms. Wir vergoren doch nur hier. Hier geht einfach so chill. Tschüss. Er ist da. Wir gehen wieder hoch. Wir sind jetzt da oben. Achso. Spitzern. Ich bin schon gewundert. So. Hier unten ist Butler. Butler und ein A. Ach. Ein Ja. Ich erinnere mich. I remember me. Mimimi. Gehen wir erstmal hier klären. Ach, Schatten. Wie süß. Aha. Was? Mal du Strichern. Warum hast du ihn kalt gemacht? Warum nicht? Das wollte ich nicht. Verpiss dich. Oh, gebratenes Fleisch. Nett von dir. Hui. Was? Mindcrawler-Suppe. Suppe. Suppe. Oh, die Suppe schmeckt halt so gut. Oh, ein Pocker an meiner. Tja, jetzt ist es meine. Oh, halt, 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 halt. Alter, riechst du? Was ist denn das feinet? Uh, eine relativ starke Waffe. Leider habe ich bessere. Na ja. Oh, die behalte ich mal. Blick toll, der Name. So, jetzt sind die Striche dran. Oh, du Wichser. Und kein Pfeil kommt an. Ich könnte scheißen. Das hat sich ja wieder voll gelohnt, dem Bogen zu skillen, wenn er immer noch nicht trifft, ey. Ach, jetzt ist eine Heiligkeit hergekommen, oder was? Jawohl, level up. Und dann gibt es immerhin, toll, immerhin schon mal Stufe 1 von... Ne? Magie-Kreis-Dingens-Kültens. Genau, zwei Tränke schlürfen. Hallöchen. Natürlich. So, sonst noch jemand. Für den Trank tue ich alles. Und noch ein Trank. Oh, das ist ein besonderer. Hm, ich dachte nur Sprinten. Gott, ich dachte, das wäre irgendwie sowas wie Lebenssynergie, also, naja. Oder Stärke, oder was ich meine. Ja, ist auch ein Weg. Ja, finde ich toll. Fick dich. Ja, das war ganz toll. Ja, ich muss einfach mal... Tut mir leid. Mein Gott. Alles am Ruhglitschen. Nein, 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 nein Oh, goren, du alte Neger-Prinzessin. Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz aus der Höhle raus und wieder rein. Dann müsste der ja wieder bei mir sein. Ach, ne, da steht er. Guck mal einen an. Halt die Schnauze. Ja, habe ich die Quest jetzt erledigt oder nicht? Hallo, tschüss. Ist gut. Bis später. Also, ich habe jeden Gardisten getötet. Ich sehe keinen Sinn darin, die Butler zu töten. Ja. Gehen wir mal raus. Oha. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Ja, du hast so viel gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hierbleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Ja. Davon bin ich verzweifelt, ja. Wie ist die Liga? Alles ruhig. Es kann nicht so lang sein. Du hast so viel getan. Oh Gott, bitte, bitte. Bitte, Gorn, überarbeite dich nicht. Du, 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 du tust mir richtig leid. Mein Beide, du hast so viel getan. Boah. Ich stand immer nur da und versprach das über deine Fähigkeiten. Rechts, scheiße, rechts, rechts, links, rechts, 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 toll, Beintraum. Yippie. Die Beute meines Lebens. Gar nichts. War viel besser. Ich habe eigentlich ein Bett gesucht. Pff, ah ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Okay. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Ich denke... Wir sehen uns im nächsten Part von Gothic 1 wieder. Vielleicht. Tschüss.